Auch blinde Menschen können Auto fahren. Das haben rund 50 Teilnehmer einer ungewöhnlichen Aktion in Göttingen bewiesen. Auf dem Gelände einer Spedition durften sie sich hinters Steuer setzen und den Rausch der Geschwindigkeit erleben. Das alles unter Anleitung von Fahrschullehrern in ihren Fahrschulautos. Und der Spitzenreiter bretterte mit stattlichen 110 Stundenkilometern um die Lagerhalle der Spedition. Auch ein Linienbus wurde für die ungewöhnliche Aktion zur Verfügung gestellt. Man könne sich gar nicht vorstellen, welche Kräfte da wirken, war der blinde Peter Schlote aus Göttingen vom Busfahren beeindruckt. Unglaublich, so ein Monster zu bewegen, sagte er nach seiner Fahrt gemeinsam mit den 50 blinden Passagieren. Vor mehr als drei Jahren hatte der Göttinger Treff für Sehbehinderte und blinde Menschen zum ersten Mal ein solches Fahrtraining organisiert. Die Resonanz diesmal sei enorm gewesen. Für die Autofahrraktion waren Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist. Jetzt hoffen viele von ihnen auf eine Fortsetzung der Fahraktion für Blinde in Göttingen. Vorgänz 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 も Untertitelung des ZDF, 2020